Hi! Und auch heute ein Betthüpfel für dich. Lass uns schauen, was die Liebesbox für dich, die Lovebox, bereithält. So, andere Religion, andere Glaubenmuster. Ja, wir passen einfach nicht zusammen, weil wir andere Glaubenmuster haben. Eine andere Religion, eine andere Erziehung, einen anderen Status. Das wird schwer zusammenzubringen. Ich trau mich nicht. Ja, dann helf ihm doch dabei. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis bald! Söchtern Vielen Dank.